Hallo Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen. Oh, mein Mikrofon ist ganz woanders zu einer neuen Folge Trainer Go. Wir werden heute wieder das letzte Pokémon entwickeln, was wir aktuell entwickeln können und versuchen bei Gerentina endlich den letzten Durchbruch zu bekommen. Das habe ich aktuell ein bisschen schleifen lassen, aber der muss her. Da geht kein Weg drumherum und danach probieren wir uns im World Tournament in der Hoffnung, das geht diesmal besser. Aber zunächst machen wir erstmal noch die letzte Entwicklung fix, dass wir auch wieder Wert extra bekommen und so wird man sich drüber freuen. Es handelt sich um dieses wunderbare Drecksvieh. Ich meine tolle Vieh. Dazu verbessern wir es erstmal auf Stufe 40, blablabla von mir aus 41 ist mir wurscht. Was brauchst du denn du? Ich würde es gerne entwickeln. Freundschaft 30, wirklich. Und ich brauch noch ein Level extra. Freundschaft 30, das sind immer so meine Lieblingsviecher, die man nur für ein Pokédex braucht, aber erstmal Freundschaft 30. Geil. Ja, da haben wir noch ein paar. Daran soll es jetzt weniger scheitern. Auch hier das Zeug verwenden. Auf geht's. Jetzt kommen wir ganz durch ohne. Ah, wird knapp. Ich denke wir müssen definitiv irgendwo irgendwas investieren. Anders wären wir da nicht auf Stufe 30 kommen. Also ich glaube nicht, dass wir Lebensfrucht genug haben. Glaube ich nicht dran. Weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Kann durchaus sein, dass wir davon genug haben. Aber gesagt, I don't think so. Girantina muss natürlich den letzten Durchbruch bekommen. Grad KP, einer der wichtigsten Durchbrüche für Girantina. Dazu kommen wir gleich. Ist es jetzt das Richtige? Das ist... Ich will mich nicht falsch entwickeln. Ist mir schon mal passiert. Das... Ja. Wir haben uns auf jeden Fall richtig entschieden. Ich glaube, es gibt auch nochmal 0,8 Prozent Verteidigungswerte für alle Pokémon. Ich weiß es nicht. Ist ja auch vollkommen Buggy. Wichtig ist dieses Schätzle. Hier noch den KP Durchbruch bekommen. Ich sollte natürlich vorher alle anderen Werte safen. Und hoffen wir jetzt möglichst schnell auf einen KP Durchbruch. 5500 haben ungefähr angefangen. Mal gucken, wo wir landen. Kann sein, dass wir bei 0 landen. Das wäre natürlich mehr aucherteilt. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt bei 5000 den schon bekommen. Ihhihihihihihihihihihihihihi bekommen. Den werden wir jetzt noch fix auf 99 hochballern. Gerade eine der wichtigsten Durchbrüche für Girantina. Ihr seht, die Kraft die steigt da ganz gut mit. Kann man das gedrückt halten, wunderbar. Hier bloß nichtiksi Fettfingern. Ja, das sieht doch schon mal ganz schick aus. Oder etwa nicht? Doch. Guckt euch mal das schöne Ding an. Gehts besser? Klar. Aber wir sind erstmal zu viel mit dem was wir haben. Das ist aber glaube ich fast sogar genau 80% Durchbruch. Wollen wir mal rechnen. Rechner 207 mal 0,8. Gut, dass es das nicht genommen hat. 207 mal. Hallo? 207 mal. Wir müssen schon ein Slumpad anmachen, sonst wird das nichts. So, das sind wir bei 165. Na gut, sind wir nicht ganz. Sind wir so bei 83% Durchbruch. Ist ganz okay. Durchbruch ist gerade noch mal auch noch einige. Doch, ich habe euch jetzt einfach nur zugequatscht. 4 Minuten lang. Wir gehen noch mal kurz die Events durch. Rechtzeitig abholen. Das sieht natürlich aus. Es gibt wieder Superdrohnen. Bevor die Frage kommt, öffnen oder behalten. Ist euch überlassen. Ich weiß sogar nicht mal was drin ist. Ich behalte es einfach. Weil mir jemand gesagt hat, dass aktuell nur Scheiße drin ist. Deswegen habe ich es erstmal behalten. Ich würde es natürlich auch ganz gern testen. aber irgendwie auch nicht. Spin Fun. Ne Grossma. Überraschung. Change Fun. Hat natürlich immer noch den gleichen Spaß. Wir sind jetzt bei 49 Kürbissen. Könnte natürlich bei mehr sein. Ich zeige auch gleich warum. Mal gucken, was man so. Klar, hier hätte man sowas sparen können. Aber gucken. Das sind natürlich Sachen, die wir nicht brauchen. Das ist alles viel zu teuer. Es wird sich letztendlich auch irgendwie sowas heraus kristallisieren. Na ja, Change Fun hat man gerade. Und Aufladegeschenk ist heute das gleiche wie ich glaube gestern. Heute ist auch ein Pokémon im Auflade-Dings dran. Ich meine, Nox hat sich aktualisiert. Ignoriert ja einfach die meisten Dinger. Tragt mich nicht, wieso. Tagesaufladung ist heute das Misty-Centern drin. An sich auch kein schlechtes Pokémon. Allerdings 40 Euro für das Pokémon würde ich nicht hinlegen. Für 20 hätte ich gesagt. Ja, das hole ich mir. Aber nicht für 40. Verbrauch, was soll man da heute? Blitzmünzen. Ja gut. Wir müssen eh gerade ein bisschen sparen. Aber hier gibt es noch mal ein paar Diamonds. Jetzt können wir uns noch mal auf die Jagd nach Kürbissen und Überreste machen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Am ganzen Tag. Kürbisse und Überreste jagen. So, Duell dürften wir eigentlich auch bald den Titel bekommen. So, gehen wir mal auf Jagd. Eine Experteninstanz machen wir immer noch. Dann gefällt wahrscheinlich die hier. Bullshit. Ja, ein Stern. Wow, das war ein Kackdurchgang. Das waren Richard Drecksdurchgang. Jetzt hoffen wir natürlich umso mehr auf Überreste. Kürbisse muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin jetzt eher so für für Äpfel, ja. Und generell für die zwei Äpfel und Tango, dass wir uns da Durchbruchskarten holen können. Das ist, glaube ich, besser als Kürbisse, weil auf die 1000, wie viel waren das? 800 oder whatever. Für die guten Setteile kommen wir eh nicht. Hoopa 9 plus 9 kommen wir auch nicht. Das sind einfach Reise. Da musst du so viel aufladen. Das ist ein richtiger Drecksdurchgang, ja. Das ist einfach nicht zu erreichen. Und da es nicht immer dieselben Event-Items sind. Es kann sein, dass letztes Jahr da waren, die Halloween-Items. Aber es gab ja auch im Frühjahr so ein Event. Ich erinnere nur an mein Maschetto. Da war ein ähnliches Event. Da gab es Blüten. Das war so Frühlingsregion. Hier haben wir einen Kürbis bekommen. Da gab es Blüten. Und wenn sie generell immer das Gleiche lassen würden, würde ich sagen, okay, lohnt sich zu sparen. Blablabla. Ob das wahrscheinlich immer ändern, ist es halt ein bisschen hochgepokert, wenn man es nicht ausgibt. So würde ich es formulieren. So. Ein paar Muskelbänder dürfen gerne noch her. Wieder ein Kürbis. Naja, Nestjagd ist auch nicht verkehrt. Mein Arkois dürfte eigentlich auch bald Freundschaft 95 sein. Guck mal gleich mal. So. Das kriegen wir bestimmt Flutorten bei meinem Glück. Ne, Schildorten haben wir es doch noch nicht mal voll. Ich möchte mal kurz nach meinem Arkois gucken. Freundschaft. Ja, haben wir bald. Ist bald voll. Dann können wir uns dem nächsten Pokémon widmen. Dann können wir mal vielleicht wieder Regigas. Meine Supporter auch 95 sind. Die einen oder anderen sagen, das ist Verschwendung. Ich sage, nein, es ist keine Verschwendung. Es sind bald bei drei Pokémon rund bei zwei Millionen Kraft. Das ist relativ nice. Nein, da wollte ich nicht drauf. Ich wollte gerade auch irgendwas machen. Virtual Tournament, ganz genau. Haben wir auch das richtige Team drin. Es ist schon wieder Doga. Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja, ich habe eure Kommentare gelesen. Das, was... Könnten es vielleicht... Wir machen jetzt erstmal alle anderen. Wir machen erstmal alle andere, bevor wir uns wieder dem Doga widmen. Und seinem Scheiß-Stahlos, seinem Scheiß-Stahlos. Jetzt gehen wir da vielleicht mal mit einem ungepushten Schlaf-Team ran. So, das ist alles ja kein Stress. Wisst ihr warum? Weil das normale Pokémon sind, die Damage machen und kassieren. Und den Stahlos, was dann da liegt und seinen Pimmel massiert. Wenn der Zorak spielt, könnte es tatsächlich ernst werden. Werden wir sehen. Ne, sollte man packen. Was? Hätte ich gedacht, dass wir den packen. Probieren wir dann nochmal. Ist auch schön, seit Tagen schaffen wir nicht mal die erste Ebene. Statt dass es einfacher wird. Na ja. Na ja. Gut bleiben. Könnte man auch schaffen. Schaffen wir auch Kurdi. Knapp 800.000 kraftig weniger. Gar kein Stress. Die nehmen wir mal mit. So, Muscape ist auch gar kein Stress. Das ist der Typ, der mir am meisten auf die Inter-Server-Arenen auf den Sack geht. Und irgendwann werde ich mich nur ihm widmen. Wenigstens 5.500 Punkte. Wir streben natürlich irgendwann mal die 6.000 an, wenn nicht sogar mehr. So. Warum schafft man das nicht? Ach, erste Runde ist schon mal scheiße gelaufen. Wenn zwei einschlafen von... Ich will den Doka gar nicht probieren. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht probieren. Ist ja ein Kackstarrl aus. Ist ja erstmal nicht schlecht, was hier gerade... Ja, ist ein guter Anfang. Schlaff selbst ein. Drecksvieh. Zack. Zweimal ineinander eingefroren. Ist natürlich geil. Hat ja auch Durchhalten drauf. Eisenferst. Okay. Eisenferst ist erste Fähigkeit. Sollte einfach mal ruhig sein. Heilendes Herz. Tschau, Cresselia. Kobadium ist schon stark. Wir müssen das Maschetto eigentlich an sich wegbekommen. Ist natürlich ein Team, gegen das wir da echt blöd ankommen. Gift-Team brauchen wir auch nicht. Das Einzige, was wir machen könnten, ist wieder Gigantiner etc. tauschen. Ganz ehrlich, ich probiere ihn jetzt lieber als den Doka. So. Hat auch minimal mehr Kraft, kann das sein. Aber Kobadium bufft halt die Kampffähigkeit massiv. Und Miloetta nervt einfach nur. Ja, wieder ein ekliger Anfang. Einfach lästig. Ich möchte jetzt mal kurz was probieren. Die mal dich austauschen durch unser erzallerliebstes Evil-Tar. In der Hoffnung, dass du das Stahlaus ein bisschen ärgerst. Damit sich das nicht vollheim kann. Drecksvieh. Schlimmer ein Stahlaus ist, man kann es nicht vergiften. Was hatten wir noch? Ist der Body grad drauf? Nein. Das gleiche Problem wie letztens. Probieren wir es jetzt einfach mit einem Schlaf-Team. Und mein Miloetta und alles ist echt nicht gut ausgebaut. Das ist ja das nächste Team. Ich möchte gerne meinen Cresselia wieder drin haben. Danke dafür. Team 4 würde ich ganz fix mal umbauen. Von mir aus kann auch Cresselia in der Mitte bleiben. Dazu ein richtig... Ja. Lass mal so. Alles andere ist blöd. Dark-Reihe ist auch kacke im Auto-Kampf. Gucken wir mal. Ich gucke mir den Kampf jetzt auch sogar mal an. Natürlich jetzt klasse, wenn alle... Nicht... Ruhig bleiben. Ganz cool bleiben. Finde ich natürlich klasse. Das ist mal Autokampf, ne? Jeder normale Spieler wird jetzt Gesang machen. Gegner schlafen langsam ein. Aber der Autokampf sagt, uh... Stahl-Typ. Ich habe eine Kampf-Attacke. Das probieren wir aus. Das ist halt absolut Crap, ne? Jetzt ist natürlich keiner eingeschlafen. Herrlich. Nicht sterben, nicht sterben. Ja... Ich kam aber nicht nochmal dran. Wir hoffen jetzt einfach hier auf Glück. Haben einfach wie so ein Virtual-Tournament. Ist der Endshot. Erwischt die nicht. Nicht? Ist das überhaupt nicht eigentlich mein... Hier da steht er. Es ist halt lästig, ne? Es ist halt lästig. Bald ist er kein Problem mehr. Dann freue ich mich über sowas. Aber aktuell ist das halt... Komm, geh nach Hause. Wir probieren das jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass wir echt Glück haben. So... Schön heilen. Schön einschla... Es schläft ja auch nicht mal eins ein. Ist ja eigentlich die größte Frechheit. Nicht mal eins schläft ein. Gut, die J&C wird es auch reflektieren. Was probiere ich hier eigentlich? I'm stupid. Ist wieder ein klasse World-Tournament gewesen. Freut mich. Passiv. Ich habe auch parallel geguckt. Ob... Parallel schon bei Facebook was gepostet wurde. Was für Pokémon demnächst gezogen werden können. Eigentlich um nur zu gucken, ob Energie-Event ist. Nichts. Ja, da niente. Ist natürlich sehr schade. Energie-Event wünsche ich mir jetzt mal. Cobalium. War zwar schon da. Wollte ich damals nicht. Weil ich auf Iridium spekuliert habe. Und dann hat das Energie-Event ausgesetzt. Wegen dem scheiß Kyurem-Event. Und seitdem bin ich frustriert. Ja, er ist seitdem. Nein, okay. Ich habe gelogen. Ich bin schon vorher frustriert. So. Komm. Ich will die doch wenigstens nicht noch schaffen. Das ist so kompliziert. Ja, ist halt so. Müssen wir jetzt mit leben? Ein paar Tage müssen wir noch aushalten. Ein paar Tage müssen wir noch aushalten. Gut. Haben wir heute nichts geschafft. Konnten wir heute zwei nicht töten in der ersten Stage. Und das ist natürlich traurig. Das ist natürlich traurig. Da gehen viele Punkte verloren. Viele Tournament-Punkte. Das macht mich eigentlich am traurigsten. Hat mir jetzt hier ein legendäres Teil bekommen. Wäre ich glücklich und zufrieden gewesen. Das ist leider nicht der Fall. Wie spiel ist es? 17.37. Oh. Rest. Könnt ihr mir nur Glück wünschen. Das Video, was ihr alle erwartet. Was ich aber nicht damit bestätige. Sondern entweder vielleicht kommt das Video, was ihr denkt. Oder es kommt nicht. Müsst man vielleicht hoffen, dass das Wesen richtig ist. Dann könnte vielleicht das Video kommen. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Tschö mäng начyn. Es reicht dabei, oder geh mit neighbor assume sie tut אותung. Es gehört, co Leidos von Un Semper Minuten mehr. Es reicht die Fürst nicht bei mir, sondern es verwarming und und zuächst nicht. Ja? Ey, Mr. Sunshine